Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal MovieStarsTimeMachine. Im heutigen Video zeigen wir euch die deutsche Übersetzung der legendären Kultserie Das A-Team aus dem Jahr 1983 bis 1987. Die Besetzung damals und heute 1983 vs. 2022. Lasst auch gerne ein Abo da und unterstützt somit unseren Kanal. Vielen Dank. Und los geht's. Die Nummer 1. Melinda Kulea in 1983, Alter 28. Melinda Kulea in 2022, Alter 67. Die Nummer 2. Dwight Scholes in 1983, Alter 35. Dwight Scholes in 2022, Alter 74. Die Nummer 3. Maler Heasley in 1983, Alter 23. Maler Heasley in 2022, Alter 62. Die Nummer 4. Dirk Benedikt in 1983, Alter 38. Dirk Benedikt in 2022, Alter 77. Die Nummer 5. William Lucking in 1983, Alter 42. William Lucking starb am 18. Oktober 2021. Die Nummer 6. George Peppard in 1983, Alter 55. George Peppard starb am 8. Mai 1994. Die Nummer 7. Lance LeGold in 1983, Alter 48. Lanzelor Gould starb am 10. September 2012. Die Nummer 8. Carl Franklin in 1983, Alter 34. Karl Franklin in 2022, Alter 73. Die Nummer 9. Als Gast Schauspieler Hulk Hogan in 1985, Alter 33. Hulk Hogan in 2022, Alter 69. Die Nummer 10. Mr. T. in 1983, Alter 31. Mr. T. in 2022, Alter 70. Mr. T. in 2022, Alter 70. Jack Jing in 2022, Alter 90. Jack Jing in 2022, Alter 90. Eddie Whales in 2022, Alter 60. Eddie Whales in 2022, Alter 64. Robert Thorn starb am 11. November 2016. Robert Thorn starb am 11. November 2016. Tim Dunn. Tim Dunnigan in 2022, Alter 67. Tim Dunnigan in 2020, Alter 52. Tim Dunnigan in 2022, Alter 73. Tim Dunnigan die Nummer 15. Vielen Dank fürs Zuschauen Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da und teilt das Video überall. Vielen Dank, bis bald zum nächsten Video bei Movie Stars Style Machine. Bis zum nächsten Mal.